Wolfgang Hohlbein Anubis Gelesen von David Nathan Professor Morgens Van And hasste seinen Beruf. Es hatte jedoch eine Zeit gegeben, da hatte er ihn geliebt. Und tief in seinem Innersten tat er das noch immer. Streng genommen war es auch falsch zu sagen, dass er seinen Beruf hasste. Er hasste das, was er tun musste. Van And war von Geburt her Belgier, genauer gesagt Flamme. Von Erziehung und Lebensart her aber Amerikaner. Jeder, der ihn in seiner Jugend gekannt hatte, hatte ihm eine große Zukunft prophezeit. Und wäre es nach den Voraussagen seiner Professoren gegangen, so hätte sein Name wohl schon jetzt in mehr als einem Fachbuch gestanden. Das Schicksal hatte es anders gewollt. Das Einzige, was seinen Namenszug zierte, waren die Visitenkarten und ein Schild an der Tür eines winzigen Büros im Keller der Universität von Thompson. Einer Universität, von der noch nie jemand gehört hatte und die in einer kleinen Stadt lag, die kaum jemand kannte, der weiter als 50 Meilen entfernt lebte. Van And erhob sich, ging zu dem Korb mit Feuerholz neben dem Kamin hinüber und warf einen Scheit in die Flammen. Ein Funkenschauer stob auf. Der Professor blickte auf die alte Standuhr neben der Tür. Es war nach sechs. Sein Besuch hatte sich verspätet. Im Grunde spielte es keine Rolle. Van And hatte an diesem Abend nichts Besonderes vor. Das war in Thompson auch schlechterdings unmöglich, und so verlief Professor Van Ands Leben in sehr langweiligen Bahnen. Das Telegramm, das vor zwei Tagen gekommen war, stellte die seit Monaten aufregendste Unterbrechung in seinem täglichen Einerlei dar. Es klopfte. Mogens musste sich beherrschen, um nicht hastig wie ein aufgeregter Zehnjähriger die Tür aufzureißen. Aber er war keine Zehn mehr, sondern der Vierzig näher als der Dreißig. Außerdem hielt er es für wenig angeraten, seinem Besuch zu zeigen, wie neugierig er auf das berufliche Angebot war, von dem im Telegramm die Rede war. So zwang er sich zur Ruhe, ehe er die Hand nach dem Türgriff ausstreckte. Es fiel Mogens sehr schwer, seine Enttäuschung zu verbergen. Vor der Tür stand kein Fremder, sondern Miss Preussler, seine Zimmerwirtin, und Mogens entschlüpfte ein überraschtes »Oh«. Sie schob sich an ihm vorbei ins Zimmer. »Oh, ist das vielleicht eine Art, eine gute Freundin zu begrüßen, mein lieber Professor?« »Natürlich nicht. Es ist nur so, dass Sie mich nicht erwartet haben«, unterbrach ihn Miss Preussler, die prüfend durch das Zimmer blickte. Sie war der ordentlichste, sauberste Mensch, dem Mogens je begegnet war. Heute jedoch fand ihr kritischer Blick kein Stäubchen, denn Mogens hatte die betagte Einrichtung auf Hochglanz poliert. »Sie erwarten Besuch, mein lieber Professor?« »Ja, ich hätte Sie selbstverständlich informiert, wenn die Nachricht nicht so überraschend gekommen wäre. Und jetzt wollte ich Sie nicht unnötig belästigen. Sie haben ja genug zu tun.« Gewöhnlich reichte ein Hinweis auf Miss Preusslers Arbeit, die darin bestand, eine Pension mit einem Dauergast und zwei meist leerstehenden Zimmern zu betreiben und dabei Jagd auf jedes Stäubchen zu machen, vollkommen aus, sie wieder gnädig zu stimmen. Heute jedoch nicht. Sie wirkte ein bisschen verärgert. Ihr Blick streifte das Telegramm, das mit der beschriebenen Seite nach unten auf dem Schreibtisch lag. Was Mogens in ihren Augen las, machte ihm klar, dass sie den Inhalt des Telegramms kannte. »Aber, mein lieber Professor, ist es etwa ein Beweis guter Erziehung, eine alte Freundin zu belügen?« Es lag Mogens auf der Zunge zu sagen, dass das einzige wahre Wort in diesem Satz »alte« war. Aber das verbot ihm tatsächlich seine gute Erziehung. Er antwortete deshalb nicht. Sie aber war nicht geneigt, so schnell aufzugeben, was Mogens keineswegs überraschte. Wenn es etwas gab, was er an ihr bewunderte, dann war es ihre Beharrlichkeit. Sie hatte vom ersten Tag an nichts unversucht gelassen, um ihn in ihr weiches Bett und ihre vermutlich noch weichere Umarmung zu locken, etwas, dessen bloße Vorstellung Mogens einen kalten Schauer über den Rücken laufen ließ. Denn die von ihm postulierte Weichheit ihrer Umarmung lag keineswegs an ihrem sanften Wesen, sondern an etlichen überflüssigen Pfunden, die die Jahre, die sie ihm voraus hatte, auf ihr abgeladen hatten. Mogens hatte sich nie nach ihrem Alter erkundigt, aber er schätzte, dass sie annähernd alt genug sein musste, um seine Mutter sein zu können. Andererseits hatte es Vorteile, ihre Nachstellungen nicht zu energisch abzuwehren, manchmal bemutterte sie ihn rührend. Mogens fühlte sich nicht unbedingt abgestoßen von Miss Preussler, aber doch nahe daran. Dass er die Vorteile, die er aus ihren Nachstellungen zog, annahm, führte nicht nur zu einem schlechten Gewissen, sondern zuweilen auch dazu, dass er sich selbst regelrecht verachtete. Plötzlich trat Miss Preussler einen Schritt auf ihn zu. Mogens schickte ein Stoßgebet zum Himmel, dass sie sich nicht ausgerechnet diesen Moment auserkoren hatte, um ihre Taktik zu ändern und die Festung seiner Tugendhaftigkeit im Sturmangriff zu nehmen. Ich weiß, es ist ein denkbar schlechter Augenblick, um damit anzufangen, Professor, aber ich kam leider nicht umhin, den Inhalt dieses Telegramms zur Kenntnis zu nehmen. Ich bin ein bisschen erschrocken, wenn ich ehrlich sein soll. Professor, lassen Sie mich ganz offen sein. Sie kam noch näher. Ihr wogender Busen berührte jetzt fast Mogens Brust. Sie wohnen jetzt seit mehr als vier Jahren hier, aber Sie sind für mich vom ersten Tag an weit mehr als ein normaler Gast gewesen. Es fällt mir ein wenig schwer, es zuzugeben, aber wahr ist, dass ich eine gewisse Sympathie... Natürlich ist es mir aufgefallen, Miss Preussler. Es ist nur so, dass... Sie tragen sich doch nicht etwa mit dem Gedanken, Thompson zu verlassen. Ich meine, natürlich ist mir klar, dass ein Mann Ihres Niveaus und Ihrer Bildung an einer Universität wie der unseren vollkommen unterfordert ist. Trotzdem hat sie aber ihre Vorzüge. Das Leben verläuft in geregelten Bahnen und eine Frau kann auch im Dunkeln noch allein auf die Straße gehen, ohne Angst haben zu müssen. Mogens fragte sich, wie viele Argumente Miss Preussler wohl zugunsten einer Stadt finden mochte, zu deren Gunsten es keine Argumente gab. Und während sie fortfuhr, fadenscheinige Argumente vorzubringen, bewirkten ihre Worte das genaue Gegenteil. Mit einem Male wurde mogens klar, in welch ausweglose Lage ihn das Schicksal gebracht hatte. Bisher hatte er sich stets eingeredet, hier alles zu haben, was er zum Leben brauchte. Doch nun wurde ihm bewusst, dass er damit nur das Überleben gemeint hatte, nicht das Leben. Und noch etwas wurde ihm klar. Eigentlich war er fest entschlossen, das interessante berufliche Angebot, von dem im Telegramm die Rede war, anzunehmen. Seine Gedanken wanderten zurück zu jener Zeit, in der seine Zukunft so strahlend erschienen war. Er hatte in Harvard als einer der Besten seines Jahrgangs promoviert und noch bis zum Abend seiner Abschlussfeier stand ihm eine große Zukunft bevor. Ein einziger Augenblick hatte alles veraendert. Mogens war versucht, dem Schicksal allein die Schuld daran zu geben. Er hatte einen unverzeihlichen Fehler gemacht. Aber es war einfach nicht gerecht, dass er so dafür bueßen musste. Ist mir klar, sagte Miss Preussler in diesem Moment. Mogens schrak zusammen und begriff, dass sie die ganze Zeit uber geredet hatte. Aber vielleicht koennten sie es ja in Betracht ziehen, unsere Beziehung auf eine etwas persönlichere Weise zu gestalten. Ich weiß, ich bin älter als sie, aber es wäre vielleicht einen Versuch wert. Sie verstummte. Mogens war verunsichert und schockiert. Von nun an konnte er nicht mehr so tun, als ahne er nichts von ihren Gefühlen. Ihre Worte hatten den Status quo, in dem sie seit Jahren lebten, schlagartig beendet. In Zukunft wuerde alles viel komplizierter werden. Sie sind jetzt schockiert, nicht wahr? fragte Miss Preussler, als er nicht antwortete. Sie wirkte niedergeschlagen. Ich hätte das nicht sagen sollen. Verzeihen Sie mir, ich bin eine dumme alte Frau, die... Miss Preussler, darum geht es nicht. Mogens tat nun etwas, von dem er wusste, dass er es besser nicht tun sollte. Er beruehrte sie mit seiner Hand sanft am Arm. Sie fuhr schaudernd zusammen. Miss Preussler, ich bin froh, dass Sie es gesagt haben. Natürlich sind mir Ihre Gefühle mir gegenüber nicht verborgen geblieben. Ich versichere Ihnen, dass auch Sie mir nicht gleichgültig sind. Es ist nur so, dass... dass es da etwas gibt, was Sie nicht über mich wissen. Aber das ist mir doch klar, mein lieber Professor. Wie? Mogens blinzelte. Glauben Sie denn wirklich, ich wuerste nicht, dass sich ein Mann Ihrer Bildung nicht ohne einen triftigen Grund in einer Stadt wie Thompson versteckt? Aber Sie brauchen sich keine Sorgen zu machen. Wenn Sie nicht darüber sprechen wollen, so akzeptiere ich das. Vor dem Haus fuhr ein Wagen vor. Mogens hob den Kopf und das Flackern in Miss Preusslers Augen erlosch. Sie begriff, dass der kostbare Moment vorbei war. Mogens war erleichtert, hatte aber zugleich auch ein starkes Gefühl von Mitleid. Seufzend ging Miss Preussler zum Fenster. Das wird wohl Ihr Besuch sein. Er fährt einen ziemlich kostspieligen Wagen, das muss man sagen. Ich öffne ihm die Tür. Mit diesen Worten verließ sie das Zimmer. Mogens begab sich zum Fenster und nahm nur noch einen flüchtigen Eindruck von einer schlanken Gestalt wahr. Aber was das Auto anging, so hatte Miss Preussler recht. Es war ein sehr kostspieliger Buick. Mogens fand gerade noch Zeit, sich in seinen Sessel zu setzen. Da wurde auch schon an die Tür geklopft und mit fester Stimme rief er herein. Er saß mit dem Rücken zum Eingang und drehte sich ganz bewusst nicht sofort um. Jemand machte zwei Schritte, dann fragte eine Stimme, die ihm bekannt vorkam. Professor Van Ant? Mogens Van Ant? Ganz recht, antwortete Mogens und drehte sich langsam im Sessel herum. Was kann ich für Sie? Einen Moment lang stockte ihm der Atem. Jonathan. Vor ihm stand sein Schicksal. Der Mann, der die Schuld daran trug, dass er in diesem Kaff versauerte, statt ein Leben in Anerkennung und Reichtum zu führen, wie es ihm zustand. Seine persönliche Nemesis. Die vergangenen neun Jahre hatten auch an ihm ihre Spuren hinterlassen. Er hatte etliche Pfunde zugelegt. Unter seinen Augen lagen dunkle Ringe und auf seinen Wangen lag ein grauer, ungesunder Schimmer. Obwohl er penibel rasiert war. Graves Gesicht sah verlebt aus. Dennoch gab es keinen Zweifel. Vor ihm stand der Mann, den er auf der ganzen Welt am allermeisten verachtete und dessen Gesicht er niemals wiederzusehen gehofft hatte. Dr. Jonathan Graves. Es ist schön, dass du dich noch an meinen Namen erinnerst, Mogens. Graves lächelte und trat einen weiteren Schritt auf ihn zu. Ich hatte schon Angst, dass du mich vergessen haben könntest. Mogens starrte ihn aus aufgerissenen Augen an. Er wollte etwas sagen, aber seine Stimme versagte. Er konnte keinen klaren Gedanken fassen. Graves baute sich feixend vor ihm auf. Also nun einmal nicht so stürmisch, lieber Professor. Ich kann ja verstehen, dass du dich freust, mich wiederzusehen, aber dein Enthusiasmus ist schon fast peinlich. Was, was willst du? Krächzte Mogens. Aber Mogens, alter Freund, du wirst doch nicht etwa mein Telegramm nicht bekommen haben? Er griff mit übertrieben, geschauspielertem Erstaunen nach dem Telegramm auf dem Tisch. Du hast wohl nur die Zeit vergessen. Noch immer ganz der zerstreute Professor, wie? Was willst du, Jonathan? Bist du gekommen, um deinen Triumph zu genießen? Seine Worte klangen selbst in seinen Ohren albern. Hast du mein Telegramm etwa nicht gelesen? Das habe ich, zum dritten Mal. Was willst du? Graves zog einen Stuhl heran und setzte sich. Also gut, Mogens, lassen wir das Theater. Ich kann mir vorstellen, wie du dich fühlst und ich gebe dir mein Wort, das mir vor diesem Moment ebenso bange war wie dir. Aber nun haben wir ihn ja hinter uns gebracht, nicht wahr? Nichts hatten sie hinter sich, rein gar nichts. Doch Mogens konnte nichts anderes tun, als den Mann anzustarren, der sein Leben zerstört hatte. Graves bot einen sonderbaren Anblick. Seine Kleidung war luxuriös und in tadellosem Zustand. Eine kostbare Uhrkette zierte seine Weste und seine teure Krawatte wurde von einer Spange mit einem Rubin geziert. Dieser Aufzug allein hätte Mogens nicht überrascht. Jonathan war schon immer ein eitler Gag und furchtbarer Angeber gewesen. Was Mogens jedoch zutiefst verwirrte und erschreckte, das war Graves selbst. Er hatte das Gefühl, etwas Falsches, Wiedernatürliches und Blasphemisches zu betrachten, ein durch und durch verkommenes Subjekt, ein heruntergekommenes, fiesches Etwas, das den Namen Mensch nicht mehr verdiente und nur Ekel und Widerwillen in ihm auslöste. Doch Mogens Zorn verrauchte. Graves war nie ein angenehmer Mensch gewesen. Aber diese extreme Reaktion ... ... ... ... ...